Die Bitrate oder auch Übertragungsrate stellt dar, wie viele Bits pro Sekunde übertragen werden können. Die Einheit ist Bit pro Sekunde oder auch BPS. Vielfache davon sind ebenfalls möglich. Die Bitrate stellt also die Anzahl der Informationsenheiten dar, bzw. die Datenmenge, die in einer gewissen Zeitspanne übertragen werden kann. Sehen wir uns nun den Zusammenhang von Bitrate und Botrate an. Auf die Botrate wird in einer anderen Glossereinheit genauer eingegangen. Hier sehen wir ein Diagramm mit einer Botrate von 1. In jeder Sekunde wird ein Bit gesendet, also beträgt die Bitrate ebenfalls 1. Botrate und Bitrate können aber auch unterschiedlich sein. In diesem Diagramm ist die Botrate immer noch 1. Pro Sekunde werden jetzt aber 2 Bits übertragen. Deswegen liegt die Bitrate bei 2. Um die nun 4 verschiedenen möglichen Binärzahlen darstellen zu können, benötigt man auch 4 Signalpegel. 2. 2. 5. 8. 9. 10. 12. 10. 22.